Shrevy, oh mein Gott Jums, AmdeLabi geht's gut, Digga AmdeLabi geht's gut Ich kack ab, was? Was? Oh mein Gott! OHHHHH! Was hast du getan? Ich weiß, du bist Männer Du bist ein Junge Du bist ein Typ Ey, du bist ein Typ Du bist ein Mann Das ist ja typisch Das ist ein Typ 100%ig Typ Iiiiih Bye bye Also Leute, das Ding ist, ich habe mir das auch einfacher vorgestellt, ja. Ich dachte, ich bin so eine geile Sau, mich erkennt keiner. Aber mein Hintergrund ist einfach zu auffällig, glaube ich, mit diesem Wald. Ich kann hier keinen Greenstream einfügen. Und man sieht mir einfach an, dass ich ein Kerl bin. Deshalb, meine Freunde, machen wir es jetzt anders. Ich habe mir Unterstützung geholt. Tobi, was geht? Hallo, ich bin Tobi, was geht? Also Leute, passt auf. Die Idee ist folgende. Ich verstehe jetzt quasi gar nicht mehr, dass ich ich bin. Sondern werde jetzt nur noch ein bisschen meine Community verwirren, ja. Ich würde dich aber, ne? Du würdest mich. Aber richtig, Digga. So, komm, wir gehen rein in die Orga, Tobi. Was war es, oder? Was geht ab? Oh mein Gott. Was geht? Stefan. Stefan? Oh mein Gott. Stefan? Stefan, nein. Oh Gott, das ist... Digga, irgendwie... Pass auf, Digga. Du hast da links eine Steckdose, ne? Habe ich gerade gesehen. Steck mal den unteren Stecker aus, okay? Okay. Okay, und jetzt den anderen auch? Okay, chill dich, ciao. Moin, Meister. Baby. Nein. Was? Was? Loll. Was denn? Einfach Rewe. Nein. Das ist Rewe. Was? Moin, Meister. Der kennt dich. Rewe? Rewe? Ach, Digga. Ach, Jungs. Was passiert denn jetzt? Ich tried it. Jungs. Jungs. Ja, ja. Was geht bei euch? Alles gut. Wie findet ihr meinen neuen Style? Perfekt. Chillig, oder? Ja, klar. Sehr geil. Moin, Meister. Hi. Frech. Was geht? Das sieht schick aus. Danke, du auch. Was hast du da hinten für ein Baustellen-Schild? Das ist mir zugelaufen, tatsächlich. Das hast du gestohlen, das ist Diebstahl. Nein, nein. Doch, das ist... Nein, nein, hey, hey, nein, Digga, das ist... Ich bin früh damit aufgewacht. Das ist Diebstahl. Nein, nein, ist kein Diebstahl. Ach, Digga. Du bist die Hübscheste, die ich heute gesehen habe. Dankeschön, Bro, ich schwöre. Dankeschön, Dankeschön. Du aber auch. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Hey, Bro, wenn du einen Handstand machst, zeige ich dir meine Titten, okay? Nein, Revi, will ich nicht. Bitte, bitte, Bro. Guck mal hier. Was? Bruder, Revi, streamst du gerade? Siehst du deinen Hund, Revi? Ja, der bewegt sich nicht. Was? Ja, das ist Revi. Ja, das ist Revi. Alter, Ehrenmann, ich liebe deine Craft-Attack-Videos. Ich liebe den Hund dahinten. Petri, das ist ein H*** und so ein Ding. Revi, oh mein Gott. Bro, pass auf, guck mal, wenn du einen Handstand machst, ne? Mhm. Dann würde ich dir meine Brüste zeigen. Ja, Digga, was soll denn das jetzt? Hör doch mal auf hier. Oh mein Gott. Willst du nicht heiraten? Auf jeden Fall, Digga. Schau, wenn du einen Handstand machst, zeige ich dir meine Brüste, okay? Wirklich? Ja. Ich kann keinen Handstand machen. Dann versuch's mal. Ja, warte. Nein, nein, nein. Doch, doch, doch. Das wird nicht funktionieren. Aber Bro, guck mal. Ich zeige dir einfach so, okay? Schönen Abend noch. Digga. Ciao, mach's gut, hau rein. Revi. Es geht ab. Weiß ich nicht. Willst du meine Brüste sehen? Dein Maul. Okay, hier. Mach's gut. Schönen Abend noch. Ciao. Concrafter. Chillig. Luca? Hallo? Das ist er. Luca, machst du gerade ein Video? Nee. Luca. Ich bin's, Luca. Ey, Concrafter, warte, ich mach kurz ein Foto von uns, ja? Bist du Revi? Ich mach ein Foto von uns, warte. Ey, warte, ich will auch ein Foto von uns beiden machen, okay? Oh mein Gott. Concrafter getroffen. Geil. Was machst du, ey? Nimmst du ein Video auf? Hallo? Das ist ja ein Lüblos, das Video. Oh. Ey, Digga. Nein. Digga. Was? Geil. Hallo? Was soll denn so was? Liegt es? Ja, es geht auch. Das ist lustig. Schade, funktioniert nicht. Hallo? Digga, sieht einfach jedes Schlafzimmer in Deutschland. Die Winzeit, Digga. Einfach die Winzeit. Oh mein. Jungs, Digga. Jungs, haben die Lamy geht's gut, Digga. Haben die Lamy geht's gut. Guck mal, findest du, findest du, ganz ehrlich, findest du so besser? Ich, ich bin open und early. Ja, schon wilder. Chillig. Hey, kannst du, kannst du einen Handstand? Wenn meine Eltern mich hören, ich bin ein toter Mann. Bro, ich zeig dir meine Brüste dafür, wirklich. Okay, okay. Okay, okay. Okay, warte kurz. Ich muss mich vorbereiten, ich muss mich mental vorbereiten. Okay, was machst du jetzt? Oh, oh. Komm, Bro, du schaffst es. Junge, es ist 22.45 Uhr. Ja, weiß ich nicht. Oh, Digga, schaffst du auf, Digga. Maschallah, 1-Armetschner, den hat sich gelohnt, Digga. Nein. Ich kenn dich irgendwoher. Ja, sag's mir. TikTok, oder? Moin, Revi. Was machst du Schönes? Revi, Junge. Ja, was geht? Wo kommst du, du Ehrenmann, was machst du hier? Dings, bisschen chillen so. Ich hab ein paar neue Styles ausprobiert heute. Revi? Ja. Als wolle, du bist Hef der Echte, du bist nicht verarschen. Warum sollte ich denn nicht der Echte sein, Bro? Bei mir, Revi, du bist echt der Echte. Kannst du gar nichts machen? Was kannst du machen? Ein Foto machen? Ja. Ja, ja, schon. Rösem ist a Dancer. Boah, Revi, Alter. Was denn, was ist denn mit dir los? Ich denke, was machst du gerade? Alter, for real, Elsa, Revi ist hier. Du bist Revi. Ist es ein Julien Bam Shirt? Nein. Schade. Sub bis 6, Mann. Re... Sascha! Sascha! Unter Partisch TV. Das ist ja verrückt. Ey, Sascha, wie geht's? Hä? Sascha! Was geht's? Sascha, Mann. Ey, ich guck jeden Stream von dir, wirklich, ne? Ja, geil, Digga, danke. Ey, Sascha, boah, so krass. Ey, Alter, komm ich in ein Video? Deine Nase ist gar nichts, ja, kommst du? Deine Nase ist nicht so groß. Ich kack ab. Was? Warum hast du dich geschminkt? Hast du nicht. Hab ich nicht. Äh. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Revi! Oh mein Gott! Okay. Bist du Revi? Alter, was hast du für ein geiles Mikrofon? Wie reich bist du? Das war weird, das Lachen. Hi! Hallo! Hallo, Revi. Digga, wie lange hast du gebraucht? Digga, das ist aber Input, die Ladies, tot. Was ist alles bei ihm? Revi! Was geht? Ey, warte kurz, bleib kurz. Okay. Ich hab grad eben jemanden getroffen, der war auch bei dir drin, der hat surfen gesagt. Cool. Ist das so gut? Digga, das sieht so gruselig aus. Ey, nice. Sorry, ich war grad kurz weg. Es geht ab. Nichts, but. Tschüss, Revi. Fingernägel auch nicht. Boah! Boah, was bist du denn für einer? Das ist Revi. Revi? Ah, schade, bro. Ja, nee. Ja, Digga, dann auf einmal. Was geht? Oh, Digga. Da ist die Welt zerstört. Digga. Oh, Junge. Hi, na? Na? Warum bist du so hübsch? Warum bist du so hübsch? Oh, dankeschön. Dankeschön. Aber hast du selber den Eyeliner gemacht? Nee, leider nicht. Ich hab das geschminkt bekommen. Ich kann sowas nicht selber machen. Warum kannst du das nicht selber? Nee, aber guck mal, der Trick ist, Bro, wenn du eine Freundin hast, die dich schminkt, ne, und alle Girls skippen dich immer, dann kannst du dich einfach schminken und die Frauen werden die ganze Zeit fragen, hey, warum bist du geschminkt und so. Und dann kannst du ein Gespräch hier aufbauen und dann klärst du die Handy-Nummer. Verstehst du, was ich meine? Ja. Ja, dankeschön für den Tipp. Hey, Bro, ich wünsche dir alles Gute. Mach's gut, ne? Revi, ich küsse dein Herz. Ich küsse dein Herz auch. Ich lieb dich, Bro. Ich lieb dich auch, Bro. Minecraft war doch die beste Zeit, glaub mir. Danke dir, Bro. Mein Schwestern, genau. Was geht? Oh, erstiges Make-up. Ist gut, oder? Oh mein Gott, guck mal, dein Make-up. Ist gut, ne? Revi. Ist gut, oder? Revi. Hab ich gut gemacht? Revi. Sexy. Ist gut, oder? Bin ich jetzt in deinem Video. Ja, wenn du das nicht willst, dann nicht, ansonsten schon. Ja, alles gut. Guck mal, ich sag euch eins. Wisst ihr was? Schau mal, verstehst du, was ich hier gerade mache? Wenn ich mich hier hinsetze mit Make-up, dann skippt ne Frau nicht, weil die will die Story dahinter wissen. Verstehst du, was ich meine? Das ist richtig klug, oder? Das erklärt mir alles. Du bist redig. Ich guck deine Videos. Alles gut. Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ciao. Ich wünsche dir auch. Ciao. Ey, was geht? Lass mal beide so nah an die Kamera ran, wie es geht, okay? Eins, zwei, drei. Oh mein Gott. Einfach geh mit. Tschüss. Hey. Nein. Oh mein Gott. Ich hab's geschafft. Jo. Rebi. Jo, was geht? Oh mein Gott. Okay, Bro, pass auf. Ich hab ein Angebot für dich, okay? Wenn du es jetzt schaffst, einen Handstand länger als zwei Sekunden zu machen, gebe ich dir 100 Euro Amazon Giftcard, okay? Okay. Okay. Zwei Sekunden. Das ist ein Kopfstand. Stark. Das ist stark gewesen. Das war gut. Das war wirklich gut, Bro. Das war wirklich gut. Voraussicht ist, die Lieferdatum ist in fünf Minuten. Das war fünf Minuten her. Das machen wir jetzt. Pass auf. Wir machen es so. Schreibt mir hier unten deinen Instagram-Namen rein. Und dann schreibe ich die einfach auf Instagram damit an. Lukas. Oh nein, ich hab ihn weggemacht. Ja, Leute. Das war doch relativ erfolgreich. Ich denke mal, der ein oder andere hat sich gefreut, mich zu sehen. Der Bro geht mit einem 100 Euro Giftcode nach Hause. Wenn ihr wollt, dass ich das nochmal mache, f*** euch ins Knie und macht's gut. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao. Untertitelung. BR 2018